Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich muss hier erstmal schlucken und drücke hier schon total verzweifelt die falschen Tasten. So, jetzt aber. Wir müssen mit dem König sprechen. Der ist hier oben. Das heißt, ich laufe den Weg entlang erstmal, würde ich sagen. Ich denke, dann finden wir den eher. So, das heißt erstmal außenrum. Dann können wir uns... Erkelei kann ich leider nicht stehen lassen. Die müssen wir doch mal kurz mitnehmen. Dann können wir uns nämlich auch nochmal kurz die Scherbe hier vorne holen. Die sieht man, glaube ich, von außen gar nicht so. Ja, doch, die sieht man doch. Das ist nämlich hier oben im Turm drin. Inklusive noch was zu lesen. So, also wenn ihr da was lesen wollt, tut euch keinen Zwang an. Einfach auf Pause drücken. Und war hier nicht sonst noch? Ein Zettel? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Achso, das war jetzt wieder gestohlen, ja. Das kann ich dem armen Basti doch nicht antun, dass ich jetzt hier was stehle, um mein Logotope aufzupessern. So, dann müssen wir mal schauen. Ist das nicht oben? Ja, das steht auch schon höher. Ja. Ich meine nämlich auch, dass man hier über diese Brücke drüber gehen muss. Das war die hier, glaube ich. Resal-Jul, ja. Hm, das war ich. Was gerade erst passiert. Ich liebe es, wenn man reinkommt und direkt die Übersicht hat, wer wer ist. Ich denke mal, er ist das so, ne? Na, kommt ein Pfeil, kommt ein Pfeil. Ich habe in allem Respekt, Eure Majestät, aber dies beweist, dass unser Verdacht begründet war. Ihr hättet auf die Warnung meines Vaters hören sollen. Es gebührt den Entehrten nicht, den König zu kritisieren, Ashabba. Ihr seid entlassen. Ich wollte nicht respektlos erscheinen, Eure Majestät. Es ist nur, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ich werde gehen. Hm. War das nicht die eine von eben? Willkommen in Schildwacht, Reisende. Wenn ihr wegen der Docks hier seid, dann weiß ich schon Bescheid. Es tut mir leid, dass ihr uns zu so einer Zeit besucht. Aber vielleicht ist eure Ankunft kein Zufall. Vielleicht haben die Götter euch hergeführt, damit ihr uns im Kampf gegen die verdorrte Hand helft. Wer oder was ist die verdorrte Hand? Nekromanten. Wirker der widerwärtigsten Magie. Und die Geißel der Aligr-Wüste. Es ist viele Jahre her, seit uns eine solche Gefahr bedrohte. Ich hatte gehofft, die Gerüchte über diese Gruppe, die verdorrte Hand, wären falsch. Doch die heutigen Ereignisse haben mir das Gegenteil bewiesen. Woher ist die verdorrte Hand gekommen? Vor einigen Jahren führte ein diabolischer Nekromant namens Sutura eine Armee von Untoten gegen mich ins Feld. Sutura wurde besiegt. Doch die Gerüchte deuten an, dass seine Söhne zurückgekehrt sind, um Rache zu nehmen. Sie nennen sich selbst die verdorrte Hand. Also gehörte der Nekromant an den Docks zu Ihnen? Zweifellos. Doch ich vermute, der Angriff auf die Docks war nur eine Finte. Ich befürchte, dass die verdorrte Hand sogar noch etwas Schlimmeres vorhat. Was können wir tun, um sie aufzuhalten? Ah, das ist die Herausforderung, der ich mich derzeit gegenüber sehe. Die Leute der Aligrewüste und selbst die in Schildwacht sind sehr abergläubisch. Sie glauben das Erschlagen der Totenbrechte einen schrecklichen Fluch mit sich. Für sie ist es eine schändliche Tat. Deshalb brauche ich euch, Reisende. Ich werde helfen, wo ich nur kann, Eure Majestät. Dann ist euer Besuch in der Tat eine glückliche Fügung. Mein eigener Sohn, Prinz Azar, ist den Gerüchten über die verdorrte Hand nachgegangen. Er ist ein schlauer junger Mann. Aber er braucht Hilfe. Zunächst jedoch möchte ich euch bitten, dass ihr General Todar von den Geschehnissen berichtet. General Todar? Ich bin Ihnen in Alclair begegnet. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. General Todar ist mein wichtigster militärischer Berater. Noch dazu ist er ein praktisch denkender Mann, der Sicherheit für wichtiger hält als Aberglauben. Seit seiner Rückkehr aus Alclair ruht er sich zu Hause aus. Aber ich brauche seinen Rat, wie wir hier weiterverfahren sollten. Ich werde sofort mit General Todar sprechen. General Todar ist mein vertrauenswürdiger Berater und ein guter Freund. Er hat die Gerüchte über die verdorrte Hand gehört und er kann uns helfen. Aber sagt es niemandem. Die Leute erinnern sich an Sutura. Zu hören, dass seine Söhne zurückgekehrt sind, könnte Panik auslösen. Wie habt ihr Sutura besiegt? Das ist eine lange und spannende Geschichte, der ich derzeit unmöglich gerecht werden kann. Doch der Kampf gegen Sutura war der schwierigste meines Lebens, sowohl in militärischer als auch in politischer Hinsicht. Wer sind die Asch-Abbah? Die Asch-Abbah? Wo soll ich anfangen? Sie wandeln unter uns, aber nur in den Schatten. Die Leute glauben, sie wären verflucht. Sie sind entehrte Krieger, die an den heiligen Eid ihrer Vorväter gebunden sind. Sie müssen gegen die Toten kämpfen, wenn sie dazu aufgerufen werden. Wo sind sie jetzt? Ich habe sie nicht gerufen. Ich habe sogar ihre Warnungen missachtet. Ihr müsst verstehen, die gewöhnlichen Leute verachten sie. Sie erneut zu rufen, könnte mich die Krone kosten. Daher muss ich mich auf euch verlassen, Reisende. Sah sich Alikr in den Zeiten vor den Asch-Abbah jemals einer untoten Bedrohung gegenüber? Ja. Der größten Bedrohung durch Untote stand die Alikr in der ersten Ehre gegenüber, als die jokudanischen Herrscher noch dabei waren, hier Fuß zu fassen. Zu jener Zeit wurden die Wehren der Anzai erschaffen. Was sind die Wehren der Anzai? Sie sind unsere größte Hoffnung. Denn die verdorrte Hand mag zwar eine große Gefahr darstellen, aber sie reicht in keiner Weise an die Nekromanten der ersten Ära heran. Die Wehren beherbergen die Geister von drei Anzai-Helden, die sich geopfert haben, um uns zu beschützen. Wie entfalten sich die Wehren der Anzai ihre Wirkung? Sie wahren unseren Bund mit den Göttlichen. Solange wir die Toten im Namen Tuwakas weihen, können sie selbst von der mächtigsten Nekromantie nicht wiedererweckt werden. Daher kann die verdorrte Hand nur solche Leichen in Untote verwandeln, die nicht geweiht wurden. Woher kommt dieser Aberglaube? Es ist kein alter jokudanischer Brauch, sondern eine Tradition, die sich in der Wüste entwickelt hat. Menschliche Überreste zerfallen hier nur langsam und unsere Leute begannen zu glauben, die Leichname ihrer Ahnen wären heilig und dass die Ahnen einen verfluchen würden, wenn man ihnen Schaden zufügt. Und die Leute glauben das heute immer noch? Natürlich. Ihr müsst es so sehen. Die gesamte Kultur der Alig hat sich aus diesem Ideal heraus entwickelt. Heute begreifen viele von uns, dass es Ausnahmen geben muss. Doch wenn ich als König meinen Truppen befehlen würde, die Toten zu erschlagen, könnte das zu einem Aufschrei, wenn nicht gar einer Rebellion führen. Ja. Zwiespalt, Zwiespalt. So, wo ist Toda? Der muss doch irgendwo... Wir sollen ihn ja privat aussuchen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ach, ist das sein Häuschen? Sehr schön. Tora! Ihr... Ich kenne euch aus Alkair. Ihr habt so viele meiner Bravos zusammengeschlagen. Tamriel ist trotz allem ein kleiner Ort. Ich bin gerade selbst aus Alkair zurückgekehrt. Zurück auf meinem Stuhl. Wein trinken mit meiner Frau. Wartet. Bitte sagt mir, dass ihr nicht hier seid, um mich zu stören. König Faharajad schickt mich. Es geht um die verdorrte Hand. Nein. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe keinen Augenblick zum Ausruhen. Nicht einen einzigen. Und verdammt noch eins. Ich dachte, dieses Gerede über die verdorrte Hand wäre bloß ein Gerücht. Seid ihr sicher, dass es wahr ist? Ja. Sie haben Umtote beschworen, um die Docks anzugreifen. Die Docks von Schildwacht? Was für eine Dreistigkeit. Doch das klingt genau nach etwas, was diesen mutterlosen Hunden einfallen würde. Ich sage euch, Uwafah und Alassan könnten noch gefährlicher als ihr Vater sein. Wer sind Uwafah und Alassan? Uwafah und Alassan sind die Söhne dieses alten Bastards Sutura. Sie nennen sich selbst zur Abschreckung die verdorrte Hand. Ich kannte sie schon, als sie noch kleine Jungen waren. Sie sind im gleichen Alter wie Prinz Azar. Wo wir gerade von ihm reden, er sollte auch hiervon in Kenntnis gesetzt werden. Der König meinte, Azar hätte der verdorrten Hand nachgespürt. Richtig. Er weiß mehr über diese Angelegenheit als ich. Da bin ich mir sicher. Wenn ihr den Prinzen auftreibt, werde ich meiner Frau irgendwie erklären, warum ich schon wieder fort muss. Dann können wir uns danach alle im Palast treffen. Oh, der arme Kerl. Die Beziehung geht hier den Bach runter. Äh, wo kann ich den Prinzen finden? Ich würde schätzen, dass er bei seinen Mädchen im Serai an der Nordwand ist. Ich weiß, was ihr denkt. Aber das liegt nicht daran, dass der Prinz ein Schürzenjäger wäre. Die Mädchen helfen ihm dabei, Informationen zu sammeln. Vielleicht weiß er schon, was geschehen ist. Ich werde sofort nach ihm suchen gehen. Meine Hoffnung ist, dass Prinz Azar vielleicht einen Hinweis darauf hat, wo Uwafah und Alassan ihr Hauptquartier aufgeschlagen haben. Oder noch besser, was sie als nächstes planen. Trotzdem sind dies Dinge, die wir im Palast diskutieren sollten. Kennt der Prinz Uwafah und Alassan auch? Wir alle kennen sie. Sutora war einer der Visiere des Königs. Er hat sein kleines Steckenpferd geheim gehalten. Dann ging der König eines Tages zu einem Treffen mit seinen Visieren und fand sie alle tot auf. Die wahre Überraschung kam aber erst, als Sutora ihren Leichen befahl, den König anzugreifen. So hat es begonnen. Aber woher kanntet ihr die Söhne? Ich habe versucht, sie im Schwertkampf auszubilden. Uwafah und Alassan, zusammen mit Prinz Azar. Die beiden zeigten jedoch keinerlei Interesse. Ich habe sie ständig dabei erwischt, wie sie Insekten und andere Tiere quälten. Der Prinz, er hasste sie. Und sie hassten ihn mit derselben Inbrunst. Ganz ehrlich, liebes Teso-Team, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, diese ganzen Namen zu erfinden, die sollte man wirklich erschlagen. Oh, ist doch schlimm. Ich habe mir noch nicht mehr die Hälfte der Namen jetzt merken können, geschweige denn, dass ich die vernünftig aussprechen kann. Ähm, Moment, wir müssen in die Richtung. Da hoch. Und links rein wahrscheinlich. Ja. Was ist geschehen? Es war ein Albtraum. Diese brutalen Kerle sind in den Serai gestürmt. Sie haben alle Wachen niedergestreckt und sogar meine kleine Rohheber. Und dann haben sie den Prinzen verschleppt. Bitte, könntet ihr, würdet ihr sie verfolgen? Ihr müsst es tun. Natürlich. Habt ihr gesehen, wohin sie ihn brachten? Nein. Noch so etwas, worin ich völlig versagt habe. Ich hätte ihnen auf die Straße folgen sollen. Ich bin so dumm. Vielleicht hat jemand sie da draußen gesehen. Vielleicht können sie euch sagen, wohin diese Männer den Prinzen verschleppt haben. Ein Versuch ist es wert. Ich höre mich einmal auf der Straße um. Hm. In der Richtung. Der Prinz, zu Hilfe! Sie haben ihn! Da lang. Sie sind da entlang. Vielen Dank. Hier drüben, Initiantil. Nein! Sie haben den Prinzen. Den Weg hinunter. Beeilt euch! Nichts, Initiantil. Ich habe es versucht. Aber sie haben mich mit ihrer schwarzen Magie erwischt. Sie haben den Prinzen dort hinuntergebracht. Ich glaube, der Weg führt aus der Stadt hinaus. Bitte, haltet sie auf. Und keiner hat was getan. Sie haben immer alle was versucht, aber niemand hat wirklich was getan. Das war doch wieder so blöd, dass man hier nicht rumkam, ne? Man musste, glaube ich, durch die Stadt gehen. Oder kann man hier wieder zurück? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier steht ja eigentlich, ich soll hier rum. Also, ich schaue mal von außen, ob das wirklich... Aber das sieht so aus, als ob das... Oh, ist hier tief. Als ob das nicht geht. Wieso sind hier jetzt eigentlich schon wieder überall Zombies? Ich denke, die sind jetzt weg. Oh, die nehmen wir auch nochmal eben mit. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Doch, Moment. Hier kann ich rein, ne? Und so wie es aussieht, müssen wir auch wieder rein. Und zu seinem Haus? Ne. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Sucht ihn tiefer. Sucht ihn tiefer. Muss ich da jetzt wieder irgendwo rein? Oh. Hallöchen. Die nehmen wir doch mal mit. Also, ich weiß noch, dass das ziemlich blöd war, den zu finden. Weil das so komisch angezeigt wurde. Das ist aber auf jeden Fall nicht das, wo wir herkommen. Dann ist das die Höhle. Okay. So. Komm her. Hm, da ist er. Ich bin froh, dass ich euch gefunden habe, eurer Hoheit. Ah, dann wisst ihr also, wer ich bin. Wobei müssen wir die Gerüchte nur früher gehört hätten. Ich denke, an diesem Punkt können wir sie nicht mehr aufhalten. Wobei müssen wir sie denn aufhalten? Warum wollen sie in das Gewölbe ein? Warum wollen sie in das Gewölbe einbrechen? Sehr übel. Sehr übel. Selbst wenn wir sie nicht aufhalten können, müssen wir es zumindest versuchen. Wir sollten zurück zum Palast und meinem Vater alles erzählen. Sicher. Lasst mich euch losbinden. Gehen wir gern süden. Dort führt eine Leiter in die Stadt hinauf. Machen wir. Aber erstmal den Koboldschemel mitnehmen. Wo ist der jetzt hin? Achso. Er meint, hier drinnen gehen süden. Okay. Achso, dann. Da ist ein Kreis, die Frage. Doch, das ist aber auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ähm, Palast war hier, ne? Ja. Okay. Machen wir doch. König. Ja, er ist sicher und wohlbehalten. Ich hatte Toda gesagt, dass ihr es schaffen würdet. Ich hatte von Anfang an so ein Gefühl bei euch. Doch sagt mir, wo ist Azar? Und war dies schon das ganze Ausmaß der Pläne der verdorrten Hand? Oder planen sie derzeit irgendwo meine Familie und mein Königreich noch weiter zu beleidigen? Azar ist zum undurchdringlichen Gewölbe gegangen. Er meinte, sie würden versuchen, einen Tunnel dort hineinzugraben. Schneidiges Schwert. Wie können sie? Würde ihnen das überhaupt gelingen? Falls sie ins Gewölbe eindringen, könnten sie die Wehren der Anzai stehlen und dann? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen sie um jeden Preis aufhalten. Wie kann ich euch helfen? Ich kann Wachen zum undurchdringlichen Gewölbe führen. Aber wir werden Hilfe brauchen. Von der Magiergilde. Ich gestehe es nur höchst ungern ein. Doch nur sie weiß, wie man das Gewölbe entsiegelt. Werdet ihr für mich zur Gilde gehen, Reisende? Ja, ich werde die Magiergilde bitten, uns zu helfen. Sprecht mit Gabriel, sobald ihr den Turm der Magiergilde erreicht. Sie versteht unser Verlangen nach Verschwiegenheit. Ich werde euch am undurchdringlichen Gewölbe treffen. Tuwaka möge über euch wachen, Reisende. Hoffentlich können wir verhindern, dass die Wehren der Anzai dem Feind in die Hände fallen. Was genau sind die Wehren der Anzai? Natürlich. Wenn ihr hier nicht groß geworden seid, könnt ihr das gar nicht wissen. Die Wehren der Anzai wurden vor Jahrhunderten erschaffen, als das Volk von Alikr das erste Mal von Nekromanten bedroht wurde. Sie wurden erschaffen, um uns vor den wandelnden Toten zu schützen. Sie scheinen ihre Arbeit aber nicht besonders gut zu machen. Vielleicht ist der Schutz, den sie gewähren, aber auch nicht von einer offensichtlichen Natur. Die Wehren der Anzai wahren unseren Bund mit Tuwaka. Wenn wir unsere Toten weihen, können sie nicht als Monstren wiedererweckt werden. Daher kann die verdorrte Hand nur ungeweihte Leichen erwecken. Woher kommen dann all diese Untoten? Unsere Priester führen das Weiherritual bei Begräbnissen durch, aber wenn die Leiche verloren ist, ist das nicht möglich. Außerdem hat Sutura immer großen Gefallen daran, Leute zu ermorden und sie gleich darauf wiederzuerwecken. Ich nehme an, die verdorrte Hand hält es genauso. Was würde dann also geschehen, wenn sie die Wehren der Anzai stehlen würden? Das wäre unvorstellbar. Mit den Wehren der Anzai könnte die verdorrte Hand unserer am meisten verehrten Ahnen erwecken. Legendäre Krieger, die zu Lebzeiten Helden waren, doch im Tode schrecklichste Gegner darstellen würden. Daher müssen sie aufgehalten werden. Ach, verdammt. Woher kenne ich nur seine Stimme? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, die Magiergilde ist hier direkt gegenüber. Das ist aber die Brücke, ne? Dann laufe ich lieber da drüber. Ich glaube, Reiten ist besser. Bis ich jetzt hier erstmal drüber gelaufen bin. Ich bin zwar im Schnelllaufmodus, aber... Äh, was ist denn die Tür? Ja. Ich freue mich schon auf Gabriel. Wo ist sie? Oh, erstmal Buch lesen. Die Epoe von den Wehren der Anzai. Zu wacker. Also, das könnt ihr dann nochmal nachlesen, worum es da jetzt genau geht. Hey, ich kenne euch. Ja. Wir haben diesen verrückten alten Nekromanten Angov zusammengetötet. Erinnert ihr euch an den Mitternachtstalisman, mit dem wir in Kat Bedraut eingedrungen sind? Ich kann immer noch nicht glauben, dass es funktioniert hat. Ihr braucht vermutlich keine Hilfe mit dieser spaßigen Sache, oder? König Faharajad braucht Hilfe, um ins undurchdringliche Gewölbe einzubrechen. Macht ihr Witze? Ich habe darauf gewartet, mich an diesem Ort zu versuchen, seit ich seinen Namen das erste Mal hörte. Wartet einen Augenblick. Hat Simon euch hierzu angestiftet? Warum würde der König ins Gewölbe einbrechen wollen? Es ist die Wahrheit. Nekromanten versuchen, die Wehren der Anzai zu stehlen. Nekromanten? Wehren der Anzai? Faszinierend. Ich bin dabei. Also, wir müssen nur das Siegel brechen? Hm. Ich weiß. Versuchen wir es doch einmal so. Geh zum Bazar und besorg den Flammenstängel von Lucien und die Wurmkopfkappe von Nenebar. Trefft mich danach am Gewölbe. Das könnte klappen. Okay. Ich habe nichts verstanden, aber machen wir mal. Es tut mir auch leid, dass meine Stimme so total im Eimer ist, aber es wird zur Zeit leider nicht besser. Und ich habe dann immer das Gefühl, ich muss dann rumschreien, damit man mich überhaupt noch versteht. Er besorgt einen Flammenstängel und eine Wurmkopfkappe von den Händlern wahrscheinlich, oder? Hm. Richtet euren Blick auf... Nee, die redet aber nicht mit mir. Oder müssen wir das... Ach, Moment. Oder sind das... Nee, Moment. Hier ist ein Händler. Lasst euch Zeit und schaut euch um, meine Freundin. Ihr werdet sicher feststellen, dass ich genau das habe, was ihr schon immer wolltet. Habt ihr Wurmkopfkappen? Ah, das ist für Gabrielle, oder? Sie ist Stammkundin. In einer Stadt wie Schildwacht müssen wir Bretonen zusammenhalten. Ich habe welche auf Lager. Ihr könnt sie gerne haben. Sorgt euch nicht um die Bezahlung. Für Gabrielle schreibe ich gerne an. Ich muss wieder in H2O denken. Ähm, habt ihr Flammenstängel? Tut mir leid, die habe ich nicht auf Lager. Und die gibt's auch nicht von der Stange. Aber im Ernst. Einige Magier von der Löwengarde sind hier durchgekommen und haben meine letzten Vorräte aufgekauft. Neneban, der Echsenzähmer, könnte noch welche haben. Okay, dann schauen wir mal eben kurz rein. Das würde mich nämlich interessieren. Achso, die hat nur diese normalen Sachen für die Gefährten und so weiter. Okay, so eine ist das eigentlich. So, Neneban. Willkommen in Nenebans Emporium der seltsamen und wunderbaren Dinge. Hättet ihr vielleicht Interesse an einem Netz, mit dem man Echsen fangen kann? Oder vielleicht an einer zahmen Echse? Oh ja, ein letzteres schon. Habt ihr Flammenstängelkappen? Flammenstängel, schmackhafte Leckerbissen. Sie helfen bei der Verdauung, zumindest bei Echsen. Ihr seid keine Echse. Wofür braucht ihr sie? Ich wette für irgendeinen Spruch von Gabrielle. Und sie kann Echsen nicht einmal leiden. Nun ja, nehmt sie einfach, aber sie schuldet mir was. Das ist eine große Echse. Oh, ihr meint sicher Äffchen. Äffchen? Ja, er ist wunderbar groß, nicht wahr? Ich fürchte, ich verwöhne ihn zu sehr. Nur die besten Käfer sind gerade gut genug für Äffchen. Er ist ziemlich schlau. Das bist du doch, oder Äffchen? Mein kleiner Schlaumeier. Ihr habt eure Echse Äffchen genannt? Ja, es mag komisch wirken, aber für mich ergibt das alles Sinn. Seit ich laufen konnte, wollte ich schon immer einen Hausaffen. Ich habe gefläht und gebettelt, aber mein Vater hat sich immer geweigert. Affen leben auf Bäumen, hat er gesagt. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeuten soll. Also habt ihr stattdessen eine Echse bekommen? Irgendwo muss man ja anfangen. Affen sind fantastisch. Alle lieben Affen. Und wenn ich schon keinen Affen haben kann, dann ist eine Echse eben das nächstbeste. Wisst ihr was? Manchmal frage ich mich, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn mein Vater mir nicht doch einfach einen Affen gekauft hätte. Ja, die ist aber wirklich groß, die Echse. Da hinten müssen wir hin. Kommen wir da so zu Fuß hin? Beziehungsweise zu Fuß ist klar, aber da kommen wir doch, kommen wir da durch? Ne, kommen nicht durch, dann reiten wir doch mal lieber. Moment, jetzt ist es wieder. Ach so, weil das da oben die, ja, 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 ich verstehe. Weil wir über die Brücke drüber müssen. Na gut. Das ist einmal links und hier drin. Ne, hier vor. Okay. Äh, nein, aber ich habe die anderen Reagenzien, nach denen ihr gefragt hattet. Seid ihr sicher, dass ihr wisst, was ihr da tut? Oh, auf jeden Fall. Aber es wird sowieso nur einer da hineingehen. Ohne die Riesenzähne kann ich die Siegel nicht weiter öffnen. Natürlich ist Faharajat der Meinung, dass diese Person ihr sein solltet. Er möchte aber erst mit euch sprechen. Geht schon hoch. Werdet ihr das Gewölbe nicht öffnen? Natürlich. Ich brauche nur einen Augenblick, um darüber nachzudenken, wie ich das nun genau formulieren soll. Gada, Gada, Tobra, 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 Gada. Geht ruhig vor, ich komme gleich nach. Okay. Okay. Keine Sorge, Eure Majestät. Das wird schon alles ein gutes Ende nehmen. Eure Zuversicht ist ansteckend, Reisende. Es freut mich, dass euer Weg euch hierher geführt hat. General Toda ist kein frommer Mann. Aber selbst er sieht es so, dass euer Erscheinen mehr als ein Zufall sein muss. Wenn nur einer von uns das Gewölbe betreten kann, dann glaube ich, dass ihr das sein solltet. Ich wäre bereit, es zu tun. Ich kann meinen Dank gar nicht in Worte fassen. Ihr müsst allerdings sehr vorsichtig sein. Assar glaubt, dass die verdorrte Hand viel mächtiger ist, als wir angenommen haben. Besonders Uwafa und Alassan. Wenn ihr einen von beiden seht, rate ich euch zu äußerster Vorsicht. Vielen Dank für eure Sorge um mich, Eure Majestät. Ich bete, dass wir noch nicht zu spät sind, um die verdorrte Hand aufzuhalten. Und im gleichen Atemzug danke ich den Göttern, dass sie euch hierher geführt haben. Möge Tuwaka über euch wachen, Reisende. Hier kommt Gabriel. Ja, ich gehe sofort hinein, sobald sie das Siegel bricht. Trete zurück, Eure Majestät. Ich bin nicht sicher, wie das Gewölbe reagieren wird. Ich hoffe, das klappt. Es hat geklappt. Geht schnell. Ich weiß nicht, wie lange der Weg frei bleibt. Gut, schon weg. So, da können wir nicht hin. Sie sind in das Gewölbe eingebrochen. So haltet sie doch auf, ihr Narren. Nein, braucht ihr nicht. Genug. Holt die Wehren der Anzahl heraus. Jetzt. Was ist denn die Wehren der Anzahl? Der Sieg ist grausam, aber die Niederlage ist schlimmer. Ihr Feiglinge, jetzt kommt ihr nicht ernsthaft auch noch hier runter. Guck mal, ein Treffen. Aber wir können mit dem reden. An euch haftet nicht die Verderbnis der Untoten. Und auch nicht die Verderbnis derer, die sie verbreiten. Ihr seid nicht mit ihnen im Bunde, nicht wahr? Nein, ich habe versucht, sie aufzuhalten. Ihr habt versucht, die Wehren zu beschützen? Tuwaka sei gepriesen. Das bedeutet, dass es unter den Lebenden noch jemanden gibt, der den Gefahren der Nekromantie in Aligre die Stirn bietet. Dann lauscht nun sehr genau. Denn mein Geist kann nicht lange hier verweilen. Ich lausche. Wir haben uns geopfert, um die Wehren zu erschaffen. Und durch sie haben wir die geweihten Toten beschützt. Doch nun sind die Wehren in verderbte Hände gefallen und wir haben nicht die Macht, sie aufzuhalten. Ihr müsst die Wehren zurückholen. Wohin haben sie sie gebracht? Ich weiß es nicht. Meine Sicht wurde geschwächt und mein Dasein ist an das der Wehren gebunden. Sie haben sie weit weg von ihr gebracht. Deshalb schwinde ich dahin. Findet die Wehren und bringt sie zurück. Möge Tuwaka mit euch sein. Ich werde alles tun, was ich kann, um die Wehren der Anzeit zu bergen. Wir werden uns wiedersehen. Das wären wir. Äh, das werden wir. So. Theoretisch. Ja, da könnten wir ja runterspringen. Dann können wir ja abkürzen. Au, au. Es war so klar, dass ich hier hängen bleiben würde. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Es ist schwer, geduldig zu sein, wenn ich weiß, dass das Schicksal meines Königreichs auf dem Spiel steht. Sagt mir, dass ihr gute Nachrichten habt. Oder sind sie mit den Wehren der Anzei entkommen? Sie sind mit den Wehren der Anzei entkommen. Verdammt nochmal, Toda meinte schon, dass Suturas Söhne gefährlich wären. Daran gibt es nun nichts mehr zu zweifeln. Mit den Wehren der Anzei können sie schneller eine Armee aufstellen als ich. Wir müssen sie aufhalten. Wir müssen Uwafa und Alassan zu ihrem Vater ins Reich des Vergessens schicken. Und wir haben eine belebende Schulter vom Set Roben der verdorrten Hand erhalten. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um zu vermeiden, dass wir die Asch-Abar rufen müssen. Aber ich habe keine Wahl mehr. Wir brauchen ihre Hilfe, um die Wehren der Anzei zu bergen. Allerdings würde ich es vermeiden, sie direkt zu kontaktieren. Werdet ihr meine Gesandte sein, Reisende? Ja, ich werde für euch mit den Asch-Abar sprechen. Vielen Dank. Die meisten Asch-Abar leben zusammen. Sie durchstreifen die Wüste und gehen, wohin die Götter sie auch treiben mögen. Spürt sie auf und sagt ihrem Anführer Marimar, dass die Alikr ihn wieder brauchen. Wir brauchen die Hilfe der Asch-Abar, um gegen die verdorrte Hand zu kämpfen. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Die Asch-Abar lagern zu dieser Jahreszeit oft bei Morvars Freigebigkeit im Süden. So die Götter wollen, sind sie vielleicht noch dort. Marimar hat seine Tochter entsandt, um mich vor der verdorrten Hand zu warnen. Sie wollten helfen. Ich bereue es, sie abgewiesen zu haben. Ich werde sie sofort suchen und sie um ihre Hilfe bitten. Ich hoffe, ich muss euch nicht daran erinnern, darüber stillschweigen zu bewahren. Gerüchte werden sich über die verdorrte Hand verbreiten, aber wir sollten versuchen, den Diebstahl der Wehren der Anzei geheim zu halten. Ich habe viele politische Feinde, die das zu ihrem Vorteil nutzen würden. Könnte es ein Problem werden, die Asch-Abar herbeizurufen? Natürlich wird es das sein. Aber was soll ich anderes machen? Zulassen, dass mein Bild in der Öffentlichkeit das Königreich gefährdet? Manchmal kann ein König nicht sein Antlitz wahren und gleichzeitig sein Volk retten. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn wir unsere Pläne nicht von den Dächern herabschreien würden. Okay, ja, dann würde ich sagen, das riecht doch danach, dass das Ganze noch ein bisschen länger weitergeht, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.